hallo freunde und da sind wir wieder mit der neuen season minecraft season 2 ich habe wieder allerhand leute hier und zwar wie ihr sehen könnt der extreme die lady der bsio mucki das bin ich jetzt auch dabei und der hoppel den hört ihr heute leider nicht aber er ist mit dabei dabei und die du bist natürlich auch dabei wie konnte ich dich nur vergessen ja wie ihr sehen könnt in der season 2 wir hatten so ein bisschen was vorbereitet und zwar hat sich hier richtig was verändert was das hier für ein hausmocker immer noch ich bin gerade nicht bei dir also hier angefangen hier standen die ganzen öfen wir können für unsere zuschauer erstmal eine hausbesichtigung machen dass die erst mal auf dem strand der dinge sind richtig dass sie erst mal sehen wenn wir sagen dolly ich bin gerade in deiner ente aber dass das jeder weiß was wir mit dollys ente mein genau da würde ich sagen mensch kommt doch alle mal sonst hierher da wo wir ursprünglich angefangen haben ins erste im ersten haus ja das ist jetzt ein weiter weg aber ich komme welcher material von manne brauchen wir auch nicht mehr ist bacon bret ich muss erstmal brot backen zwei häuser weiter aus klar und ihr könnt ruhig nicht in meinem haus wo seid ihr denn im ersten haus sein also ich bin ja und dann sind wir alle hier genau und da fangen wir mal an und zwar hat sich das soweit verändert das hier ist mein haus ne schön mit so mit regenfenster wunder wunderschön mucker ja ne traum hier haben wir die getreidefarm bauanleitung findet ihr im netz ich muss noch ein paar kartoffeln hier mitnehmen weil ich habe an leitung findet ihr im netz mutter ja dass sie nicht heute im internet alles gibt das stimmt das kann man ganze getreide bauanleitung nicht finden sollte der kann gerne mal einen kommentar schreiben das bauen wir mal ratzfatz nach und dann zeigen wir euch das auch genau hier ist das haus von manne auch sehr schön gemacht wunderschön wenn man in der gott ja ne achto spidee 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 ich habe nicht mal ein schwert mit ne doch nicht weil du bloß in deinem scheiß lager hängst ja dazu kommen wir später gleich das ist grizzlies haus hier hat grizzly ein bisschen gebaut sieht auch sehr schön aus schön hinten mit feuer der wintergarten gefällt mir ist alles aus holz brennt wunderbar soll ich mal zwei gekappt feuerzeug bei ne wie ihr sehen könnt feuer breitet sich aus haben wir ausgestellt wir wollen das ja auch ein bisschen hübscher gestalten wir wollen ja auch zu was kommen wir wollen ja nicht immer dass die straße abbrennt und so weiter ja hier haben wir mir das haus ne schon mit postkasten keine werbung einwerfen da hole ich gleich mal eine giftige kartoffel rein lecker genau so dann kommen wir hier mal zu dem richtig schönen objekt und zwar so dass die quarts sollen das wird sein haus er hat schon mal er hat schon mal wunderbar ich finde den grundriss phänomenal und ich finde auch die raumaufteilung total toll muss ich ganz ehrlich sagen ja echt und auch der lichter ja also grundplatte ist gegossen dann kommen wir gegenüber unmittelbar gegenüber hier ist auch ein postkasten wessenhaus könnte das wohl sein wenn blumen davor du wirst du sagst nicht geh rein mucki zeig nur den ersten teppich und jeder kennt sich aus das kann ja nur lady sein visio wohnt doch hier sieht man am pinken teppich was ist in diesen roten eimer drin lady das sieht schön aus jetzt muss ich mal fragen wieso gehen wir eigentlich in ladies haus ja eben nicht weil lady darum gebeten hat die anderen haben auch schöne einrichtungsgegenstände die hast du jetzt gar nicht aber ihr habt keine tippen mensch wo doch das stimmt oh nein hierbei so am haus kommen wir dann kommen drei muka pass auf hinter dir ein creeper okay jungs spinne okay wenn du den garten hochjagt ich mache dich alle alles gut gelaufen so hier sind wir am gasthaus zur ente fisch gibt es links das war's das war wohl nix also ist auch volks verarschung was hier ist also solltet ihr mal in einen gasthof zur ente kommen und da steht da gibt es irgendwie fisch ja da gibt es doch kartoffeln also stimmt nichts überein zur ente gibt es fisch bei ja pack dir mal lieber daran dass der nächste nicht enttäuscht ist hat er schon wieder diese spende die meine punkte haben so dann kommen wir hier zu einem wunderschönen lagerhaus das ist das hässlichste gebäude der ganzen stadt oh mein schwert hey wo kann nimmt sogar den richtigen betonierten wie ich der läuft nicht übern rasen na hier kann ja noch zeit sachen die fehlen nether quartz zurzeit ganz rar warum weshalb komme ich später zu mucker die logistik sie bestellen ich liefere innerhalb von 30 sekunden dann haben wir hier snapshot das ist das haus vom hoppel konnte ich noch nicht in erfahrung bringen ich komme mit glasdach schlicht und einfach so in im ziegel modus gehalten also so das ist hiervon meyer das gebäude 4 3 2 1 meyer macht aber auf hier hat er ja schon mal das ist ja auch das wichtigste was man erstmal haben muss falls man doch mal irgendwie sich jemanden ins haus schleppt lady k sieht man ja schon genau ich gehe mal kurz rein in das lager und zeige euch das mal ich nicht nein alles gut wie das wie ich das so aufgeteilt habe wenn ich hier mal durchkommen also ihr wie ihr sehen könnt ich fühle mich ja heilig gänge 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 kisten 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 die leichenhalle ja also falls ihn aber den sarg braucht wir haben tolle ausgänge der sarg für die ganz kleinen leute ja das ist ja auch das was ich so ein bisschen kritisieren muss dass am anfang wo ich den grundstein gelegt habe und erst mal die kisten positioniert habe dass mir gesagt wurde das sieht aus wie in einer leichenhalle wo die ganzen säge liegen mit den toten drin schreibt doch mal schreibt doch mal bitte in die kommentare wie ihr die lagerhalle finden ist euch eigentlich gerade aufgefallen wie mucker das aufgeteilt hat er sagt ja ich gehe mal rum zeige ich mal wieder aufgeteilt habe gänge kisten gänge kisten gänge kisten geht ein stockwerk hoch und sagt ja gänge kisten und gänge und kisten aber nicht die kisten zu vergessen nein also ich habe ich habe das natürlich immer alles fein säuberlich geordnet mit nether ziegel netherrack gebrannt alter dolly alter schlägst du mich noch einmal ne irgendwann reicht zeig dir du wir machen jetzt noch rauskampf willst du einen faustkampf ja wollen wir rausgehen warte mal ganz ruhig jetzt wir machen jetzt gleich ein faustkampf du hör mal bitte zu legen die rüstung abkomm legt die rüstung ab mensch mal schnabel halten jetzt wir machen jetzt die grad mal schnellen test also die lager logistik und da liegt absolut dem okali richtig was die wir machen jetzt halt der test und zwar stelle jetzt eine frage wo liegt welches gut und du sagst du nicht so wo es sein soll hört ihr mir jetzt mal zu nein unseren youtube freunden zeigen dass ich meine schaufel bitte wenn du schon im lager bist so genau wo sind schaufeln sagt mir wo die schaufeln sind nicht hingehen sagen und wir gehen gucken ob stimmt ich habe schaufeln ich weiß ganz genau wo es liegt okay jetzt könnt ihr natürlich sagen ja das war vorher abgesprochen jetzt suchen wir muka dreht sich mal mit dem gesicht nach draußen dass er nicht sieht wo ich hingehe ja und muka sagt mir jetzt einfach mal spontan wo liegen fackeln 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 liegen im dritten gang also 1 2 3 jawohl dritter gang und dann die dritte kiste links jawohl du bist jetzt mitarbeiter des monats dankeschön da habe ich mich drauf gefreut ja soviel dazu wir haben aber noch ein größeres projekt den hat sich der manne angenommen und zwar geht es ja hier weiter ihr seht ihr wir haben ja schon riesig gebaut das hat sich der manne angenommen und zwar soll hier ein wolkenkratzer entstehen der soll ja höher als das world trade center werden ja na gut nicht ganz so war ein bisschen übertrieben aber es soll halt ein wolkenkratzer werden er soll halt richtig in die höhe gehen und alter jetzt reicht ja ja das kann ich auch jetzt reicht so alle aus alle aus dem weg hier jetzt jetzt hau ich ihn aufs maul mal lady spring das mal runter ja das will ich nicht sehen ich bin gegengewalt komm her hier aufs maul dolly alter ich hab das so was wir hätten uns im kreis auf die fratze nur weil du elvis pressey bist denkst du bist hier der könig oder was so ich kann nicht mehr ich bin gleich tot ich habe level 24 das muss ich mir aufsparen so wir sind quitt ja dankeschön so wir sind quitt ja wir wollen gleich weiter wir wollen in den nächsten folgen jetzt einfach mal weiter bauen ich würde sagen jetzt habt ihr mal so einen so einen krassen einblick gekriegt bekommen was wir so gebaut haben oder hinten ist ein enderman schafft mit den lassen weg sonst dreh ich durch da hatten wir in den letzten folgen so viel sand in die bude geplantet unglaublich der enderman ja genau gut das war es so viel von folge 1 von season 2 minecraft ich hoffe euch hat das gefallen lassen daumen nach oben da lassen abonnement da wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns zur nächsten folge wenn es wieder heißt die h spielt minecraft tschüss 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 tschau 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 tschau